Hast auch du einen grünen Daumen bekommen während dem Homeoffice? Und jetzt noch herausgefunden, du willst einen Obstbäum in deinen Garten setzen? Dann achte vor allem auf das. Der Standort bei einem Obstbaum ist das A und O. Nur so kann sich der Obstbaum richtig entfalten und wachsen. Der Baum braucht Platz, damit er genug Licht bekommt, damit er nicht konkurrenziert wird von anderen Pflanzen. Und auch du hast einen Vorteil, wenn du genug Platz um den Baum hast. Weil dann kannst du die Früchte beim Ernten bekommen. So liegen sie bei dir auf dem Teller und nicht faul am Boden.